Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zum Black Ops 3 Gameplay! Leute, das ist kein Let's Play von Minecraft, nein, das ist nur ein Deckname, das ist ein versteckter Name, nicht, dass ich wieder irgendwie Ärger bekomme, weil ich Black Ops 3 vorher hochlade, nein, 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 meine Streams werden eh gebannt, weil die da rumheulen, obwohl einige Streamer werden nicht gebannt, einige werden gebannt und ja, keine Ahnung, also bei Hitbox bin ich gebannt und bei Twitch mal schauen, sehen wir heute Abend, ob ich gebannt werde oder nicht, ist mir auch eigentlich eh gebannt. So Leute, ich zeige euch mal ein bisschen Black Ops 3 Gameplay, ein bisschen hier, kommt das von meinem Controller? Ja, es kam von meinem Controller, ich dachte schon, wo kommt das Piepen? Ja, so ein bisschen Black Ops 3 Gameplay, Leute, für euch am Start, lasst euch nicht verwundern vom Titel, das ist kein Minecraft, das ist Black Ops 3, Nuketown wolltet ihr sehen, jetzt kommt Nuketown gegen Bots, weil online ist noch nicht möglich, Deswegen das erste Black Ops 3 Nuketown Gameplay für euch Und ja Wir sagen mal ab dafür, oder? So, ab dafür, ich spiele mit der ICR, mit der ICR, als zweitbar für die RK5, die Perks, keine Ahnung, Plünderer, Flag Jacket und so weiter und so fort, aber wir wollen Gameplay sehen, wir wollen nicht labern, wir wollen hier Action sehen Oh mein Gott, da kommen voll viele Ich hau erstmal ab Da hinten ist einer So Sorry, wenn mein Aim noch nicht passt, wenn ich noch nicht auf der Höhe bin Ich spiele gerade Black Ops 3 seit 20 Minuten oder so Deswegen Ich versuche schnell im Gameplay Für euch die ersten Eindrücke von Nuketown zu sammeln, aber ihr seht gerade, ich muss campen, ich muss campen Also ich muss hier auf der Stelle bleiben, ich campe nicht, aber ich muss hier kurz Ich kann hier nicht weg So, ich habe Orbi Oh mein Gott, wenn ihr von hinten Messer habt, dann ist er direkt tot, also falls ihr gerade fahrt So, Energiekern kurz einsetzen So, ich versuche euch Nuketown zu zeigen Wundert euch aber nicht, wenn ich das nicht ganz schaffe Also ihr könnt hier auch Slime Und ein bisschen Faxen machen, wenn ihr wollt So, Hater am Start für euch Only für euch So, der Typ nimmt da einfach die links ein Ich habe keine Muni mehr, ich muss da ein bisschen reinlaufen Hier kommt einer vorbei, da kommt schon einer vorbei, nice Also die zur Person muss ich eins sagen, die ist übel stark Die Pistole ist richtig stark Oh mein Gott, was wird zu denn Oh mein Gott, NEIN Oh nein, ey, ich bin einfach gestorben Die Streaks, die ich spiele, für Nuketown angepasst Drohne, Konterdrohne, äh Drohne, Orbi und EMP So, ich wollte die EMP mal austesten Die ist ja übel schwach, die kann ich euch gleich mal zeigen Die kennt ja von der Beta, habt ihr Millionen Videos gesehen, also brauche ich euch da nicht so viel zu zeigen Aber ihr wolltet Nuketown sehen Und hier bekommt ihr Nuketown In your face So, später kommt noch mal Zombies Gameplay Ein bisschen Call of Duty Zombies Ähm, der Livestream geht um 17.30 Uhr ungefähr los 17.30 Uhr, 18.00 Uhr, vielleicht auch 18.30 Uhr, seid einfach am Start Der Link ist in der Beschreibung Der Twitch-Link Seid so lang am Start, wie es geht Vielleicht wird er ja auch gebannt, weil Twitch keine Hobbys hat So, vor allem ist der Stream oft geheim, den sieht niemand Wieso bannt man den Stream für drei Leute oder so, keine Ahnung Wir hatten bei Hitbox zehn Leute, die haben mich gebannt Und vor allem war mein Stream nicht sichtbar Nein Einfach zu viele Einfach zu viele Ich schaffe hier gar nichts in der Stream Ich wollte euch eigentlich die Nuklear zeigen Aber scheiß mal drauf Boah, ein paar Kills Also ihr könnt auch hier an der Wand hier hochsliden Also hier geht's auch Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen so camperisch sein kann Aber nein, geht nicht Ähm, sonst ist Nuketown ganz wie gehabt Ich lauf mal ein bisschen rum Was ist das denn? Manikin lauf rum, was ist das denn? Die laufen einfach hier rum Dein Ernst? Was ist so ein Geier, ey? Die laufen wie Zombies da rum Was, geh mal weg hier Was willst du von mir? Oh mein Gott, was ist das für ein Future? Werden das eingestellt hier? Richtig nice, oh mein Gott Die explodieren, oder? Die schlagen mich! Die schlagen mich! Alter, habt ihr sie noch alle? Die, guck mal, guck mal, guck mal Die Zombies laufen nicht mehr hinterher Geht mal weg von mir Mann, du sollst weg Oh mein Gott Ihr sollt weg Wo, wo, komm, die Wer hat die aktiviert? Ist das eine Killstreak? Ist das von den Vorräten? Was ist hier los? Ihr seht das auch gerade zum ersten Mal So wie ich Bin auch übelst erstaunt So, dich hab ich mal, Freund Oh mein Gott Jetzt geh mal weg Guck mal, wie viele da sind Ich kann nicht vernünftig spielen Wo willst du denn hin? Guck mal Munitionspäckchen Oh mein Gott Die laufen da wie Zombies rum Mann Ist das ein Gegner? Gegner Oh nein Hater erwartet Befehle Ihr habt's gehört Okay, alles klar Alles klar Wenn die Scheiße mich tötet Oh mein Gott Man, diese Scheiße nervt irgendwie gerade Oh mein Gott, ey Das ist viel zu viel Wir spielen hier schon mit 98 Leuten Da kommt diese 512 noch dazu Multiplayer für 1000 Millionen 100 Spielern Online Alles klar Oh mein Gott, ey Was willst du denn, ey Läufst an mir vom Oh mein Gott Ich zeig euch gleich den EMP-Scheiß Habt unnachgiebig Gibt mich aber herzlich wenig Toll, die Runde ist zu Ende So, ich steck jetzt bestimmt irgendwie Diese, was wollen diese Mannequins? Ganz ehrlich, was geht denn hier ab, Leute? Was ist hier los? Oh mein Gott So, zeig mal her, die Suppe Ich zeig euch erstmal hier den EMP-Kern Kurz einnehmen So Habt ihr's Robby am Schizzle For the Dizzle Er hat Pre-Fired Du Hohan, du Oh, wenn einer Shotgun hat, dann war's das, Leute Dann war's das, brutal Nein Mann Fehlt nur noch Zielsucher, ey Kotz, ey Schafft kein Nuklear gegen Bots Busted, Mann Busted einfach Schlechtester Spieler ever Scheiße, Mann Schlechtester Call of Duty Spieler ever Schafft keine Nuklear gegen Bots Oh mein Gott Ich hab nicht mehr viel Zeit, ne Ist ja schon die zweite Runde Oh mein Gott Sag mal, ey Was ist so mit dir, dass du da rumjumpst wie so ein Affe, Mann Ist das wieder Gummibärenbande, oder was? Mann, ey Ich will hier die Scheiße reißen, ja Ey, ich krieg ne Krise, ne Ich dreh innerlich übelst durch, Gott Die Sensoren erfassen deine Mama So, hier, komm mal her Ja Drohnen Treibstoff abgeschlossen, geh mal nach Hause Wo sind die, wo sind die, wo sind die Guck mal, da kommen die Alles klar Digga, spiel nicht mit Shotgun Und du auch nicht Oh mein Gott Chillt mal, ey Ich muss auch mal irgendwann mal nachladen Was seid ihr denn, Alter, alle gelähmt, ey Nice Oh Mann, zu viele wieder Okay Oh mein Gott Oh mein Gott Ich komm, ich komm hier wieder nicht weg Mal gucken, wie ich jetzt sterbe Hater ist wieder am Start Da kann ich noch nicht reinrufen Guck mal, wie ich gleich sterbe Oh mein Gott, wo kommst du denn her Dachtest du, ich bin ein Teammate, ne Falsch gedacht Und wie ich sterbe Oder auch nicht Ha, alles klar, Nuklear reicht Einfach mal nochmal richtig hektisch, richtig knapp die Nuklear reicht Oh mein Gott, die erste Nuklear auf YouTube Die erste Nuklear auf YouTube Denn die ist auf Nuketown erspielt Die erste Nuklear Auf Nuketown Für euch Auf YouTube Aber das ist gegen Bots Ja, was soll ich da machen, wenn ich online offen ist Scheiß Hater Ich meine jetzt den Hater-Hater, ne Nicht den Orbi-Hater, weil der heißt jetzt auch Hater So ein Geier mit euch Hater, ne Ja Haha Dislike incoming Ja, Mann Ja, Mann Denk dran, ey Jetzt kommt noch Penox Und ruft Marcos an Läuft bei ihm Denkst du heute wieder Guter am kaufen, damit er ihn immer anruft Und die Leute auf Twitch bannt Denkst du, hä, warum werden die Leute auf Twitch so schnell gebannt, Alter Ja, er hat wieder Guter am gekauft, der Penox Da kann jetzt immer Marcos schnell anrufen Vielleicht eine Flatrate gebucht Oh, ich sterbe wieder von der Seite, ey Oder von hinten Oh, die Pistole Ich spiele mal kurz mit der Pistole Diese heftige Pistole Ich muss euch das einfach mal zeigen hier Die ist einfach so krass Guckt euch das an Oh mein Gott, ey Guckt euch das an, oder? Ich muss eigentlich nur mit der Pistole spielen Oh, EMPL, sorry Oh mein Gott Nein Nein Ja, ja Ich will die Keycam nicht sehen Ich hab Hater Hater Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Diese Waffe, diese ICR Die ist sowieso meine Lieblingswaffe geworden Die ist einfach so Die ist einfach so Nice Die Eiswaffe Das ist die Eiswaffe ICR Guck mal wie oft ich jetzt sterbe Einfach minderwertig 100 plus auch noch Hier erstes 100 plus auf Nuketown Haben wir auch Man kann hier nicht oben auf dem Truck Falls ihr euch gewundert habt Man kann nicht da hoch und da irgendwie campen Sich hinlegen oder so Oh mein Gott Gebt mal, geht mal, geht mal, geht mal Gebt mal weg von mir Hallo Oh mein Gott, ey Oh mein Gott, ey Was willst du denn? Du eine Assist König, Bro Es ist ein Assist Der Hater Der Hater Der Hater Oh Energiekern auch am Schüssel Vor so Düssel Vielleicht haben wir verloren, Alter Scheiß hier einnehmen Wir verlieren Nicht B verlieren Nicht Aggression Wir haben B verloren Gleich ist die Runde zu Ende Schnell, Mann Attackiert nochmal auf B Den krieg ich nicht Ich weiß nicht warum Was vernehmen wir? Was vernehmen wir? Was vernehmen wir? C? Wir haben A verloren Das war's Ja Leute, ein knappes Gameplay 16.615 Punkte Werden richtig angezeigt Korrekt angezeigt Läuft bei mir 131 zu 10 4 Eroberungen Übelch Übelch Uncorrect von mir Dass ich so Unobjective gespielt habe Naja, paar Kids gemacht Nuketown gezeigt Leute Das war das erste Gameplay Ich hoffe ihr hattet Spaß Wenn nicht Weiß ich auch nicht Also Leute, haut rein Bis zum nächsten Gameplay